Hallo und willkommen! In dieser Videoreihe zeige ich dir, wie du dein eigenes Point-and-Click-Adventure in 2D erstellen kannst. Wir werden zusammen einen Charakter durch Mausklick bewegen lassen, mit Gegenständen und Objekten interagieren und dafür sorgen, dass die Kamera dann diesem Charakter in deiner Szene auch hier verfolgt. Du lernst also in dieser Videoreihe, wie du die Basis für ein 2D Point-and-Click-Adventure erstellst und kannst das dann für dein eigenes Spiel verwenden und um deine eigenen Ideen erweitern. Bevor du jetzt direkt in Unity einsteigst und dein Spiel erstellst, ist es sinnvoll, deine Idee bzw. auch die einzelnen Ziele festzulegen und erst einmal niederzuschreiben. Denn nur mit einem klar definierten Ziel können wir das Ganze auch Schritt für Schritt dann in Unity programmieren. Also ein Beispiel für ein Ziel, das nicht wirklich gut ist, wäre, wenn du jetzt hier schreiben würdest, du möchtest ein Point-and-Click-Adventure in 2D erstellen. Das hier ist meiner Meinung nach kein wirkliches Ziel, denn du definierst hier nicht den Umfang deines Spiels. Also ein Point-and-Click-Adventure in 2D, das kann alles Mögliche sein. Versuche also dein Ziel so genau wie möglich zu definieren, beispielsweise Point-and-Click-Adventure in 2D, bei dem der Spieler sich in einem Sci-Fi-Level fortbewegt und auf der Suche nach verschiedenen Items ist, um im Level voranzuschreiten. Also das hier ist ein besseres Ziel als das hier. Wichtig dabei, wenn du so ein Ziel definierst, ich kann dir empfehlen, dass du dich immer an folgende Punkte hältst. Steuerbarer Spieler, also der Spieler muss ja irgendwas im Spiel tun. Dann ist die Frage, wie ist der Umfang des Levels? Und dann, ganz wichtig, Start und Ende. Ist das Ganze linear aufgebaut? Und zum Abschluss noch, welche Herausforderung hat dein Spiel? Diese Sachen sollten eigentlich hier oben eigentlich dann alle auch mit definiert werden. Also hier bei Level, Sci-Fi-Level, also hier bei Steuerbarer Spieler, da könntest du noch genauer definieren, welcher Spieler gesteuert werden soll. Also an welchen Charakter handelt es sich? Start und Ende. Und die Herausforderung hier ist eigentlich, dass man verschiedene Items suchen muss, also auf der Suche nach verschiedenen Items, dass man hier im Level voranschreiten kann. Ja und damit haben wir jetzt das Ziel für diese Videoreihe. Dein Ziel kann natürlich komplett anders aussehen. Also ganz egal, welches Setting du letztendlich wählst, die Basis, die wir hier in dieser Videoreihe programmieren, kannst du für jedes deiner Spiele dann letztendlich verwenden. Ja und mit diesem Ziel, das du hier definiert hast, kannst du dich eigentlich auf die Suche nach Grafiken machen. Es ist wichtig, dass du hier schnell an dein Ziel kommst und eine spielbare Version erstellst. Was meine ich damit? Naja, dass die Hauptelemente deines Spiels, wie bei mir jetzt hier, ein Sci-Fi-Level, man kann sich fortbewegen, man kann hier verschiedene Items finden und die vielleicht auch aufheben und im Level voranschreiten. Dass genau diese Elemente in meinem Spiel hier sind, ob die Grafiken jetzt gut aussehen oder nicht, oder ob die zusammenpassen, das ist einmal für den Beginn vollkommen egal, denn das Ganze soll nur ein Prototyp werden. Sobald du dann diese Logik hier hast und das funktioniert, kannst du dir Gedanken machen über weitere Level oder über das bessere Design oder ein besseres Design deines Characters. Okay, hier wäre es jetzt sinnvoll, einmal zu überlegen, welche Grafiken benötige ich denn. Naja, ich habe hier ein Sci-Fi-Level. Da wäre es gut, wenn wir einen Level-Background hätten, dann einen Charakter, dann vielleicht noch irgendwelche Items, die aufgehoben werden können und, ja, um beim Level hier voranzuschreiten, vielleicht sowas wie eine Tür oder ein Portal, um dann letztendlich auch durch diese Tour hindurch in das nächste Level zu kommen oder zu einem neuen Abschnitt innerhalb des Levels. Also das wären jetzt hier einmal meine vier Grafiken, die ich benötige. Was du dann tun kannst, du suchst aus verschiedenen Portalen, wie beispielsweise Open Game Art, nach verschiedenen Grafiken oder auch im Unity Asset Store. Zu Beginn ist es nur wichtig, dass du ein paar Grafiken für deinen Prototypen hast. Dann macht das Ganze auch mehr Spaß, denn wenn du nur einfach mit Boxen oder Platzhalter-Grafiken arbeiten würdest, ja, dann finde ich, macht das nicht immer so viel Spaß. Okay, als Hintergrund nehme ich einmal das, also dieses Sci-Fi. Dann als Charakter nehme ich einmal dieses Maskottchen hier. Als Items diese Free-RPG-Icons und als Türe hier die Geschichte von Open Game Art. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie du solche Grafiken letztendlich dann hier mit verlinken kannst, um sie dann später in deinem Spiel einzubauen. Ob ich dann tatsächlich in meiner Videoreihe jetzt diese Grafiken verwende, das werden wir noch sehen. Wie bereits gesagt, du musst nicht alle Grafiken jetzt gleich zu Beginn haben. Du könntest hierfür auch Platzhalter verwenden. Es ist also wirklich wichtig, dass wir in Unity zuerst einmal diese Point-and-Click-Mechanik programmieren und dann können wir uns immer noch um die Grafik beziehungsweise um die einzelnen Assets hier kümmern. Ja, sobald du also fertig mit der Suche nach Grafiken bist, dann füge diese einfach in dein Projekt ein. Also ich mache das jetzt einmal. Ich lade mir diese einzelnen Grafiken hier herunter. Ja, und dann legst du dir ein neues Unity-Projekt an. Ich nenne dieses Projekt jetzt einmal Point-and-Click-Adventure. Hier als Version wähle ich Unity 2018 und als Template verwende ich gleich 2D. Dann wird nämlich auch automatisch schon die Skybox entfernt. Danach auf Create Project und damit erstellst du jetzt dein Unity-Projekt und in dieses Unity-Projekt kannst du dann deine Grafiken, die du im Internet gefunden hast, letztendlich auch gleich importieren. Okay, hier haben wir das neue Projekt und da erstelle ich gleich einen neuen Ordner. Kannst du genauso machen hier unten im Assets-Bereich. Sollte dieser Project-Ordner bei dir nicht zu sehen sein, klickst du hier oben in der Menüleiste auf Window und dann hier auf Project. Da erstellst du einen neuen Ordner erst einmal mit Rechtsklick Create Folder und diesen Ordner kannst du beispielsweise Sprites nennen für deine Grafiken. Doppelklick, um den Ordner zu öffnen. Siehst du jetzt hier auch, ich befinde mich in diesem Ordner und da fügst du deine Grafiken ein. Das kannst du per Drag-and-Drop tun. Also gehe hier zurück zu deinem Ordner, in dem sich deine Grafiken befinden. Hier sind meine Grafiken und diese ziehe ich direkt in Unity in diesen Sprites-Ordner. Okay, ganz wichtig, nach dem Import überprüfe, ob deine Sprites auch richtig importiert wurden. Was meine ich damit? Selektiere einmal eine deiner Grafiken. Ich habe hier die Tür und da siehst du jetzt Texture Type. Da steht bei mir Sprite 2D End UI. Und genauso sollte das auch sein. Es könnte jetzt sein, dass du eine Grafik importiert hast, die eben hier nicht als Texture Type, Sprite 2D und UI erkannt wurde. Normalerweise ist es aber so, wenn du dir ein Unity 2D Projekt erstellst, also direkt beim Erstellen 2D wählst, dann sollte das hier eigentlich die Standardeinstellung sein. Es könnte aber bei dir sein, dass das hier auf Default ist und dann sieht die Grafik auch teilweise komisch aus. Also selektiere deine einzelnen Grafiken hier per Texture Type überprüfen. Sollte das nicht der Fall sein, dass das hier auf Sprite 2D End UI gesetzt ist, dann wählst du das aus und klickst hier noch auf den Apply Button zum Übernehmen. Das ist wichtig, denn dadurch kannst du nämlich auch dann deine Grafik in deiner Szene platzieren. Also hier auf Scene klicken und jetzt nehme ich einmal den Hintergrund und ziehe diesen in meine Szene. Dadurch ist der Hintergrund jetzt auch gleich in der Szene platziert. Okay, jetzt lade ich mir nur kurz die Free RPG Icons hier aus dem Asset Store. Add to my Assets. Open in Unity. Und dann sollten die Grafiken jetzt hier auch gleich angezeigt werden und dann kann ich diese in das Projekt importieren über den Download Button. Download, Import. Schon haben wir hier die einzelnen Grafiken. Diese Beispielszene benötige ich nicht und dieses Demo JPEG auch nicht. So, hier Import. Dann haben wir hier in diesen Free RPG Icons die einzelnen Icons. Okay, und diese einzelnen Grafiken, die werden wir jetzt in den nächsten Videos dann für unser Point-and-Click-Adventure verwenden. Denn mit diesen Einstellungen, dass das hier auf Sprite 2D-NUI ist, kannst du jederzeit die einzelnen Grafiken dann in deiner Szene hier platzieren. Im nächsten Video werden wir uns dann darum kümmern, dass der Mausklick hier erkannt wird. Denn derzeit ist es so, die Grafiken, die hier platziert sind, die sind statisch. Das bedeutet, wenn ich hier mit der linken Maustaste klicke, dann passiert hier überhaupt nichts. Und der Mausklick an sich, der ist essentiell für unser Spiel, denn damit möchten wir ja auch mit Objekten interagieren oder unseren Charakter dann später fortbewegen. Also, freu dich schon einmal darauf. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020